Das sogenannte Backsticking ist sicher einer der bekanntesten Snaredwurm-Tricks. Hier wird die Trommel mit der Rückseite oder mit dem hinteren Ende des Stockes gespielt. Es erfolgt quasi ein Umgreifen vom Match zum Traditional Grip oder in der linken Hand vom Traditional in den Match Grip. Beim Spielen muss man nur aufpassen, dass man auch einen guten Sound hat, wenn man den Schlägel umdreht. Damit ihr ein bisschen einen Überblick bekommt, spiele ich euch nun einige Überzeilen aus meinem Heft vor. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 10. 11. Vielen Dank.